Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Große Unterschiede heute im Norden Winter, im Süden Frühling. Dichte Wolkenfelder einer Frontlagen über dem Norden brachten erst einmal kräftigen Regen und der ging dann im Laufe des Tages in Schnee über, vor allem beispielsweise im Harz. Im Süden dagegen meist richtig schön sonnig, oft wolkenloser Himmel und dazu auch frühlingshafte Temperaturen. Pieding heute 20 Grad, Wurmberg dagegen 0 Grad und kräftiger Schneefall. Also heute war beim Wetter alles dabei. Allerdings die weniger gute Nachricht für den Süden, die kalte Luft kommt auch dort an und damit dann auch der Schnee. Das heißt jetzt in der Nacht kommt dieses Regengebiet weiter nach Süden voran, das aber dann im Laufe der Nacht immer mehr in Schnee übergeht. Es kann richtig kräftig schneien und zwar bis in tiefere Lagen. Dementsprechend glatt wird es. Von Norden her folgen noch einzelne Schneeregen und Graupelschauer. Im äußersten Süden meist recht ruhig, zumindest noch. Da ist es in der Nacht auch noch relativ mild. Die Temperaturen liegen meist so bei Werten zwischen 6 und 10 Grad. Im Bereich der Front um 0 Grad, im äußersten Norden 2 bis 4 Grad. Morgen Vormittag dann der Schnee weiterhin über der Mitte, kommt aber mehr und mehr nach Süden voran. Da sind auch mal Wintergewitter eingelagert. Im Alpenvorland dagegen noch lange Zeit recht sonnig und von Norden zwar Auflockerungen, aber auch hier und da Schauer. Und im Laufe des Nachmittags arbeitet sich die Front dann weiter nach Süden voran. Erst ist es Regen, der dann mehr und mehr am Abend auch in Schnee übergeht. Auch nach Norden hin Schnee, Regen, Graupelschauer, einzelne Gewitter zwischendrin, aber auch sonnige Abschnitte. Und die Temperaturen liegen zumindest im Laufe des Mittags noch bei 9 bis 12 Grad im Süden. Wenn die Front dann kommt, wird es deutlich kälter. In der Front 0 bis 1 Grad, sonst bis 7 Grad. Der Wind dreht dazu von Südwest auf West. Ist vor allem im Norden spürbar. Die nächsten Tage Schnee, Regen und Graupelschauer. Temperaturen bleiben bei 3 bis 5 Grad. Es gibt so richtiges Aprilwetter.